hallo und herzlich willkommen zu einer runde world of tanks nein scheiße hallo und herzlich willkommen zu einer runde steel ocean ich spiel so viele spiele ich spiel jetzt gerade mit die deutschen wie ich das ja gesagt habe und ich habe gesehen gerade dass um 13 uhr die server zurückgestellt werden okay ist ja auch nordamerikanischer server also gehen sondern nach der nordamerikanischen zeit gut also server wurden gerade gesettet flugzeugträger und sei mir gedacht da mache ich jetzt schon mal die spiele für morgen weiter das sind ja jetzt die für morgen die eps die ich jetzt verballer verbraten hier also ja ich habe gestern mit meinen deutschen einer ein richtig geiles match gehabt ich habe da drei kills ein torpedokill gehabt und zwei normale kills und da hatte ich in der runde 1300 xp gekriegt für die 1000 300 xp konnte ich mir die restlichen zahlen alle freischalten und mir die anderen zwei schiffe kaufen das andere könnte mir jetzt eigentlich auch noch kaufen aber ich habe keinen platz mehr in der werft da muss ich erst einen neuen werft platz freikaufen und da muss man glaube ich richtiges backgeld für bezahlen und da habe ich keinen bock drauf weil ich möchte ja free to play spielen so als ob ich kein geld dafür bezahlen würde ja also habe ich mir gedacht drauf geschissen ich wollte mir sowieso nur zwei deutsche holen also zwei deutsche durchspielen zwei rein zwei japanische und zwei amerikanische ich denke allerdings nicht was ich darf das in den fünf tagen schaffe deswegen ich werde jetzt erstmal die fünf tage nur alle xp ist immer weg spielen und die drei erfahrungen und ja werden wir mal schauen was ich bekomme also ich habe jetzt ein einer noch und ich glaube fünf zwei also die beiden deutschen sind zwei ja eine zwei vier vier fünf 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 das hat die B.26 sein, weil es die Familie nur im Lecken gibt. Das ist die Familie, die ich nur am lecken. Gibt es dann nicht. Wie ist die B.26 sein? Das ist ein B.26 sein. Ich bin nicht aufgeregt. Was gibt es dann nicht? Nein, das sind keine. Was ist denn das? Was ist das für welche? Ach, das sind doch welche. Na gut. Ja, das war jetzt einmal so ein Kriegsschiff. Die sind ein bisschen langsamer, wie die anderen, die sonst noch fahren können. Easy get wrecked. So, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt habe ich glaube ich beinahe vergessen, die Aufnahme ist ein Start. Ich war hier ein bisschen abgedenkt, weil ich gerade eine Nachricht bekriegt hatte, die ich da ansiedelt habe. Und dann habe ich gesehen, oh, ich bin ja schon hier. Ist das ein Flugzeugträger, den ich habe? Ah, ich kann mit ihm zweit schießen. Okay, aber das ist auch ziemlich langsam so wie es aussieht. Aber kein Problem. Langsam, das kann ich gut. Und dann bin ich jetzt mal ganz lang. Ich fährt aber ganz schön schnell für das Land damit. Wie viel Knoten fährt da? Wo war denn das? Wo stand das? Oh, wo stand das? Ach, hier stand das. Motor, 20 Minuten. Okay, okay. Ah, schon ein bisschen langsamer. Werner sind glaube ich 32 Meter oder sowas gefahren. Wach soll es. Zwei ist. Zwei ist. Zwei ist, aber auch. Ah, ok. Und der geht auch schon mal nicht, was wir jetzt machen, mit einem solchen Schatz. Guck mal wie weit ich weg bin. Heftig. Oh. Server Error. What is it? Kann doch nicht sein. Schnee, Schnee, Schnee. Da schießt er ziemlich ungenau so wie es aussieht. Oh ja, Frey. Nein, der fällt zurück. Hab ich den versäen? Oder hat doch kein Bock mehr gehabt und ist einfach verschwunden. Ah, zwei sind frei. Ich freue mich. Ah, Mist. Ach, da ist es. Doch, ich sag. Also es ist sozusagen wie eine Atelier. Das sind rote Pfeile. Also das heißt, da komme ich bestimmt nicht hin. Das ist so schön. Das ist so schön. Nein, da bin ich schon fertig. Der Rüste versenkt. Da komme ich nicht ganz hin. Da komme ich auch nicht hin. Er macht eine Drehung, ne doch nicht, er dreht sich erst zurück. Er wird langsamer, wer steht. Und, bitte. Ein Treffer. Aber 93, ich habe nichts mehr zu tun. Lade schneller nach. Langsamer. Bleib stehen, nein, jetzt fährt er auch noch los. Ja, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Hey, wo sind die anderen alle? Ich habe den Kontakt zu den anderen verloren. Können mich doch nicht hier allein lassen. Ich bin da ein bisschen abgedrekt. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Vielleicht wird er... Ach... So weit ist er... Ah, ich bin schon... So schnell... Ach... Gewicht so ein bisschen höher... Treffer! Los! Beseit hier! Das ist der letzte! Hey! Du bist das letzte! Genau! Bleib stehen! Damit ich schießen kann! Und jetzt will ich so nix! So schnell! Jetzt bleibt er stehen! Wir haben gewonnen! Yes! So! Okay! Okay! Das waren jetzt meine 2 deutsche Civis! Oh! Ich hab hier sogar einen Experten verengestigt! Ich hoffe euch hat die Runde gefallen! Ich habe einen Kill gehabt! Schön! Nice! Könnte auch mehr gewesen sein! Ich hätte mich auch nicht gestört! Aber was soll's! So ist es! Gut! Dann wünsche ich euch viel Spaß! Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen! Tschüss! Tschüss!